Hallihallo, nächste Programmvorschau am Start. Ihr seht, wird ja hier ein Thema eingeblendet. Aber es gibt natürlich noch ganz, ganz viel mehr interessante Sachen. Könnt ihr dann wieder schauen bei VK, Bitschuh, Trumbull oder Odyssee, die sich den Trailer bei Windows TV aufrufen, entsprechenden Link kopieren, ab in die Browserzeile. Und dann vielleicht bis gleich. Tschüss!